Da einige von euch diesen extremen Anstieg bei BitTensor Tau verpasst haben, obwohl ich genau in diesen Regionen, wo wir uns in Bereichen von 40 bis 50 Dollar Marke befunden haben, ein Video dazu gemacht habe, euch BitTensor Tau näher gebracht habe, euch dieses Projekt erklärt habe, wie das Ganze funktioniert, was für einen Mehrwert dieses Projekt uns in der Zukunft bringen wird und euch dazu animiert habe, euch mal mit diesem Projekt zu beschäftigen. Deswegen haben wahrscheinlich einige von euch dieses Projekt verpasst, diese Anstiege verpasst, aber in dem heutigen Video werde ich euch noch weitere Projekte vorstellen, die aktuell immer noch gute Einkaufsbereiche haben und ich eventuell in diese Projekte investieren werde. Doch bevor wir uns wieder starten, würde ich doch einfach sagen, dass ihr einmal ein Daumen nach oben auf dieses Video lasst und vor allem einmal bitte diesen Kanal abonniert, denn ich möchte bis zum Ende dieses Jahres die 1000 Abonnenten erreichen. Wir stehen kurz davor, also bitte, wenn du gerade kurz mit deinem Mauszeiger einmal auf den Abonnenten gehen könntest und diesen Kanal einmal abonnieren könntest, wäre ich wirklich dafür sehr dankbar. Ihr werdet immer benachrichtigt, wenn ich etwas Neues hochlade und zudem werde ich auch noch erwähnen, zu welchen Preisen ich persönlich die Projekte verkaufen werde, zu welchen Preisen ich die Projekte in der Zukunft sehe. Doch bevor wir noch weiter drum herum reden, möchte ich auch noch erwähnen, dass ich keine Anlagenberatung gebe, dass ich nur meine persönliche Meinung gebe. Ihr müsst euch nochmals selber informieren und euch eure eigene Meinung bilden. Fangen wir gleich mal mit dem ersten Projekt an, nämlich Algorand. Ich weiß, es gibt einige von euch da draußen, die dieses Projekt als tot empfinden, die nicht mehr an dieses Projekt glauben, die denken, dass Algorand keine Zukunft hat. Aber aktuell befinden wir uns mit Algorand immer noch bei der 14 Cent Marke. Ich werde euch erklären, warum ich persönlich glaube, dass Algorand in der Zukunft eine starke Anwendung finden wird und sogar aktuell sehr starke Anwendungen erlebt hat und auch natürlich sehr gute News in der letzten Zeit erbracht hat. Ich möchte noch kurz erwähnen, dass falls man in dieses Projekt investieren will, dass wir immer noch, immer noch gute Bereiche haben, um in dieses Projekt einzusteigen. Wir haben noch keinen guten Anstieg erlebt. Wir befinden uns immer noch in den unteren Bereichen und falls man in dieses Projekt investieren will, kann man in diesen Bereichen das Ganze natürlich tun. Der Vorteil von Algorand ist, dass dieses Projekt viel schneller, viel skalierbarer und natürlich auch viel günstiger ist als zum Beispiel Ethereum. Zudem wird auch zum Beispiel in der Zukunft, vor allem zum Beispiel in dem nächsten Bullrun, Ethereum meiner Meinung nach die ganzen Transaktionen wiedermals nicht aufrechterhalten können. Beziehungsweise, ich sag mal so, die ganzen Transaktionskosten werden natürlich sehr, sehr stark steigen, wodurch auch Entwickler nicht mehr so viel Lust drauf haben werden und auf andere Projekte wie zum Beispiel Algorand rüberspringen werden, wodurch natürlich Algorand einen sehr starken Anstieg erleben wird. Ich persönlich glaube, dass Algorand in der Zukunft wirklich mehr und mehr Anwendungen finden wird. Vor allem löst dieses Projekt das Blockchain-Telema von Skalierbarkeit, Sicherheit und Dezentralität wie kein anderes Projekt. Dieses Projekt ist wirklich sehr, sehr schnell, sehr skalierbar und vor allem hat dieses Projekt auch einen weiteren großen Vorteil, nämlich sie sind CO2-negativ. Das heißt, dass dieses Projekt ein grünes Projekt ist, denn sie bezahlen mit den Transaktionskosten Unternehmen, die zur Bekämpfung von CO2 aus der Luft arbeiten und das wird in der Zukunft vor allem für Regierungen und Unternehmen sehr wichtig werden. Und daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass wenn Algorand, und jetzt haltet euch fest, in der Zukunft mindestens die 10 Dollar erreichen wird. Wenn dieses Projekt eine Anwendung im Bereich CBDCs finden sollte, zum Beispiel bei dem digitalen Euro, wo ich euch gleich einen Artikel darüber zeigen werde, dass das Ganze sogar nicht mal unwahrscheinlich ist, wird meiner Meinung nach dieser 10 Dollar Bereich bei Algorand ein Witz werden und wir werden einen viel stärkeren Anstieg erleben. Die Preise möchte ich nicht mal in dem Video erwähnen, denn dann würdet ihr mich für einen Spinner halten. Aber ich zeige euch mal, dass Algorand aktuell sehr stark mit der niederländischen Zentralbank daran arbeitet, den digitalen Euro herauszubringen. Denn Quantus Payments hat den Auftrag von der Europäischen Bank bekommen, um den digitalen Euro herauszugehen bzw. an der Entwicklung von dem digitalen Euro zu arbeiten. Und was hat Quantus Payments gemacht? Nämlich Quantus Payments hat das Algorand-Netzwerk dafür auserwählt. Das bedeutet, dass in der Zukunft mit einer hohen Wahrscheinlichkeit der digitale Euro auf dem Algorand-Netzwerk herausgebracht wird und über dem Algorand-Netzwerk laufen wird, das ist wirklich sehr, sehr, sehr stark. Jeder, jeder der behauptet, dass Algorand tot ist, jeder der behauptet, dass Algorand keine Zukunft hat, dass Algorand nur wegen den schlechten Preisen ein schlechtes Projekt ist, obwohl das überhaupt keinen Sinn ergibt, dem ist natürlich nicht mehr zu helfen. Und ich persönlich kann mir gut vorstellen, auch wenn es wirklich lächerlich sein sollte, zum Beispiel, wenn Algorand nicht in dem CBDC-Bereich eine Anwendung finden sollte, kann ich mir trotzdem durch die Anwendung, die dieses Projekt generell bringen wird, in die Bereiche von 10 Dollar gehen können. Aber sollte dieses Projekt in dem Bereich CBDCs, vor allem zum Beispiel in dem Bereich digitalen Euro, eine Anwendung finden, dann könnte ich mir wirklich Preise vorstellen. Das möchte ich in dem Video heute nicht mal erwähnen. Aber die Frage ist nicht, welche Preise dieses Projekt erreichen kann, oder generell irgendein Projekt, sei es TAU, sei es QUANT, sei es DAG Constellation, sondern die viel wichtigere Frage ist, seid ihr auf dem Zug mit aufgestiegen? Seid ihr in diese Projekte investiert? Das ist die Frage, ob ihr wollt oder nicht. Die Zukunft gehört der Blockchain-Technologie. Der Vorteil der Blockchain-Technologie ist, dass diese Technologie unveränderbar ist, dass diese Technologie sehr sicher ist, dass diese Technologie keine weitere Entität braucht als sich selbst. Und viele denken, soll ich in Bereichen von 11 Cent investieren, 10 Cent, 8 Cent investieren, vielleicht fällt es ja noch tiefer runter. Diesen Leuten kann ich persönlich nicht mehr helfen, denn egal zu welchen Bereichen ihr einkaufen solltet, ob wir jetzt bei 10 Cent sind, 8 Cent sind oder ob wir bei 20 Cent sind. Wenn ihr in diesen Bereichen investiert, seid ihr alle in meinen Augen Gewinner, ob es jetzt bei Algorand sein sollte, bei Casper, bei DAG, bei mir, egal bei welchen Projekten. Wir sind aktuell in Kinderschuhen und ihr könnt euch nicht mal vorstellen, wie viel Kapital noch in den Kryptomarkt fließen wird und wir werden uns in der Zukunft über solche Preise meiner Meinung nach schlapp lachen. Und daher bin ich sehr, sehr glücklich darüber, dass wir zu solchen günstigen Preisen in diese Projekte einsteigen können. Das nächste Projekt, welches auch aktuell immer noch gute Einkaufsbereiche hat, ist DAG Constellation, denn wir befinden uns aktuell mit DAG Constellation, auch in meiner Meinung nach guten Einkaufsbereichen, denn wir befinden uns aktuell mit DAG bei der 4 Cent Marke und ihr glaubt nicht, wie viel Potenzial dieses Projekt hat. Ich habe euch ja das Projekt Filecoin erklärt. DAG Constellation ist auch sehr ähnlich aufgebaut. Es geht um Datensicherung. Ihr wisst, es ist auf der Welt nicht nur Gold, Erdöl, Bitcoin sehr begrenzt, sondern natürlich auch Speicherplatz. Und DAG Constellation arbeitet sehr, sehr stark in Richtung Datensicherung, denn sie ermöglichen es sehr sicher, Daten für viele verschiedene Entitäten, Unternehmen, Regierungen sicher aufzubewahren. Solche Unternehmen und Regierungen möchten nicht die komplette Verantwortung haben und die Blockchain-Technologie ist aktuell die beste Möglichkeit, um Sachen sicher zu transferieren, sicher aufzubewahren. Daher ist meiner Meinung nach DAG genau der richtige Kandidat, vor allem für die Zukunft. Zudem arbeitet dieses Projekt auch mit großen Unternehmen zusammen, zum Beispiel mit der US Air Force, um für Big Data Daten sicher aufzubewahren und wir können uns glücklich schätzen, dass wir aktuell zu solchen günstigen Preisen in diese Projekte einsteigen können. Ich kann mir gut vorstellen, sollte DAG Constellation, vor allem weil DAG Constellation eine sehr kleine Marktkapitalisierung hat, vor allem weil wir aktuell DAG noch nicht auf so vielen Börsen kaufen können, dass wir mit diesem Projekt, wenn dieses Projekt populärer werden sollte, wenn dieses Projekt mehr Anwendung finden sollte, dass wir mindestens die Bereiche in 1 Dollar gehen werden. Ich werde natürlich in den Bereichen von 80 Cent hinauf immer Stück für Stück nach und nach verkaufen. Daher bin ich auch wirklich sehr dankbar, dass ich in den Bereichen hier einkaufen kann. Das nächste Projekt, in das ich persönlich aktuell immer noch investieren würde, weil ich vor allem in diesem Bereich eine sehr starke Anstiegspotenzial sehe, ist XDC. XDC arbeitet sehr stark in Richtung Tokenisierung. Bevor wir tiefer in die Tokenisierung eintauchen, möchte ich euch einmal erklären, wo wir uns aktuell mit XDC befinden. Wir befinden uns aktuell mit XDC bei der 5 Cent Marke. Das sind meiner Meinung nach, wenn man noch nicht in dieses Projekt investiert, ist immer noch einigermaßen gute Einkaufsbereiche. Man kann schon mal mit einem kleinen Stück, mit einem kleinen Prozentteil von seinem Budget in dieses Projekt mal investieren, wenn man das Ganze noch nicht getan hat. Die guten Einkaufsbereiche waren natürlich hier bei der 3 bis 2 Cent Marke. Aber zu diesen Zeiten habe ich persönlich nicht investieren können. Ich habe auch angefangen in den Bereichen von 4 Cent zu investieren. Und ich denke trotzdem, dass ich langfristig gute Profite mit diesem Projekt erwirtschaften werde. Denn ihr müsst euch vorstellen, XDC arbeitet sehr stark in Richtung Tokenisierung. Und im Bereich der Tokenisierung wird es in der Zukunft natürlich viel mehr Vermögen geben. Es werden in der Zukunft Immobilien, Staatsanleihen, Aktien, alles was ihr euch vorstellen könnt, was überhaupt einen Wert hat. Das können Gemälde sein, das können alles mögliche sein, Tokenisiert werden. Denn mit der Tokenisierung könnt ihr natürlich 24-7 handeln. Und zudem braucht ihr keine weitere Identität, sondern das Ganze könnt ihr direkt ohne einen Mittelsmann, wie zum Beispiel eine Bank oder eine Börse machen. Ihr braucht dafür zum Beispiel nur eine App, wie zum Beispiel die App von MultiverseX. Doch MultiverseX werden wir uns noch später anschauen. Aber im Bereich Tokenisierung wird sehr viel Vermögen in den Kryptomarkt fließen. Zudem ist auch der große Vorteil, was meiner Meinung nach bei XDC sehr, sehr schön ist, dass dieses Projekt sehr transparent ist. Sie tun ihre Updates regelmäßig posten, was sie in der letzten Zeit geleistet haben, wie sie ihr Projekt upgraden, updaten etc. Aber im Bereich Tokenisierung wird meiner Meinung nach XDC den größten Kuchen abbekommen. Es werden natürlich noch weitere Projekte in Richtung Tokenisierung gehen und in diesem Bereich eine Anwendung finden. Zum Beispiel auch sowas wie XRP, Avalon und sogar WeChain arbeiten in Richtung Tokenisierung. Aber XDC ist und bleibt der König im Bereich Tokenisierung. Daher kann ich mir gut vorstellen, wenn sie Anwendung finden sollten, dass wir mit diesem Projekt mindestens die Bereiche von 1 Dollar erreichen können. Ob das Ganze so kommen wird oder nicht, das kann ich euch natürlich nicht versichern. Aber ich persönlich werde in diesen Bereichen XDC anfangen zu verkaufen. Es könnte ja auch sein, dass wir sogar von diesen Bereichen viel weiter hoch schießen können. Aber ich persönlich bin schon sehr zufrieden, wenn wir diese Bereiche erreichen. Es würde mich auch sehr interessieren, welche Projekte eurer Meinung nach das meiste Potenzial in der Zukunft haben. In welche Projekte ihr persönlich investiert seid. Das Ganze könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ich lese mir gerne alles durch. Eventuell finden wir da auch noch einen kleinen Geheimtipp von euch. Das Ganze können wir dann auch in einem Video zusammen anschauen. Aber bevor wir jetzt noch weiter drum herum reden, schauen wir uns das nächste Projekt an, wo aktuell immer noch gute Preise hat, nämlich natürlich L-Round. L-Round ist und bleibt einer meiner Favoriten für den nächsten Bullrun und generell für die Zukunft. Wir befinden uns aktuell mit L-Round ungefähr bei der 45 Dollar Marke. Ich persönlich hatte das Glück, dieses Projekt in Bereichen von 27 Dollar bzw. sogar 25 Dollar einzukaufen. Daher bin ich auch aktuell im Profit mit diesem Projekt. Zudem könnt ihr auch L-Round staken. Staking, wisst ihr, ist einer meiner Favoriten, ist das, was ich euch immer sage. Wenn ihr Projekte staken könnt, stake das Ganze. Wenn es über den Ledger geht, ist das Ganze natürlich noch besser. Ich persönlich stake alle meine Projekte über den Ledger. Also ich gebe meine Projekte nicht an irgendeine andere Firma, sondern ich stake das Ganze über den Ledger und generiere somit passives Einkommen. Ja, wie gesagt, ich hatte das Glück, dass ich L-Round zu sehr günstigen Preisen einkaufen könnte. Aber generell wird L-Round meiner Meinung nach in der Zukunft natürlich mehr und mehr Anwendungen finden, natürlich viel höhere Preise erreichen. Denn genau auch bei diesem Projekt gilt, dass dieses Projekt ein viel besseres Smart Contract Plattform ist als Ethereum. Auf dieser Plattform können die Apps entwickelt werden, es können Smart Contracts erstellt werden, etc. etc. MultiverseX ist ein viel schnelleres, viel sicheres und vor allem auch viel skalierbareres Projekt als Ethereum. Zudem kann ich mir auch gut vorstellen, denn MultiverseX hat eine App, auf der man in der Zukunft Immobilien tokenisiert kaufen kann. Es ist so eine Art WhatsApp, wo man sich Immobilien kaufen kann, Aktien handeln kann, mit Kryptos handeln kann und das wird natürlich mehr und mehr Anwendungen auf dieses Projekt bringen, wodurch auch mehr Nutzer kommen werden, wodurch auch mehr Kapital in dieses Projekt reinfließen wird. Und daher könnt ihr euch auch vorstellen, wenn dieses Projekt mehr und mehr Anwendungen findet, dass der Preis extrem steigen wird. Vor allem performen die Smart Contract Plattformen in jedem Bullrun sehr gut. Es ist ja nicht so, dass jedes Projekt bzw. jeder Bereich, sei es zum Beispiel Tokenisierung, sei es zum Beispiel Bereich Gaming, Metaverse jedes Mal gut performen, aber Smart Contract Plattformen performen jedes Mal gut, denn auf diesen Plattformen könnt ihr natürlich auch NFTs erstellen. Daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass in der Zukunft Elrond einen sehr guten Anstieg erleben wird und in Bereichen von mindestens 1000 Dollar gehen wird. Das könnte auch für den einen oder anderen sehr untertrieben sein, denn wer Elrond kennt, wer dieses Projekt verstanden hat, der wird natürlich auch wissen, dass dieses Projekt auch viel, viel höher gehen kann, aber ich persönlich werde in den Bereichen von 1000 Dollar verkaufen. Stück für Stück nach oben werde ich mit Elrond aus dem Markt aussteigen, um abzuwarten, bis wir den nächsten Bärenmarkt erreicht haben, dass ich dann für günstiger mit viel Kapital wieder in Elrond einsteigen kann. Ihr solltet euch auch generell mal Gedanken machen, was ihr mit eurem erwirtschafteten Geld, mit erwirtschafteten Kapital machen wollt, in was ihr investieren wollt. Wollt ihr immer noch in Kryptos bleiben? Wollt ihr in Aktien gehen? Wollt ihr euch Immobilien oder Grundstücke kaufen? Oder wollt ihr euer Portfolio erweitern und ein Stück in Kryptos reinstecken? Was ich persönlich machen werde, ich werde mein Kapital, was ich verdient habe, teilweise wieder in Kryptos reinstecken, in verschiedene Projekte, teilweise in Immobilien, teilweise in Grundstücke und in viele weitere Unternehmen, aber das Ganze werden wir natürlich in der Zukunft sehen. Wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt und den Weg mit mir gehen wollt, dann bitte einmal auf den Abonnier-Button klicken, denn dann werdet ihr immer benachrichtigt werden. Zudem, falls ihr wissen wollt, wo ihr zum Beispiel DEC kaufen könnt, dann kann ich euch meinen Partner Maxi empfehlen. Ihr habt 0% Gebühren und könnt ohne KYC eure Projekte einkaufen. Solltet ihr doch aus den Regionen Deutschland, Österreich und der Schweiz kommen und den KYC durchführen mit dem Link in der Videobeschreibung, dann werdet ihr sogar dafür einmal den 50$ Bonus bekommen, welches ihr gleich auch mit investieren könnt. Dafür müsst ihr nur einmal in die Videobeschreibung gehen, euch über meinen Link anmelden und könnt direkt loslegen. Danke, dass ihr bis zum Schluss zugeschaut habt. Vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Krypto Alphabet!